In den Chroniken des Moss steht geschrieben, dass Valistea von Licht der Mutterkristalle gesegnet worden war. Und so begann unsere Reise. Something I cannot repair, even though it will always be. I pretend it isn't there. I'm trapped in yesterday, where the pain is all I know. Ich weiß. Was? Töte mich. Ich... Ich war's. Ich hab' ihn umgebracht! Er ist tot! Joshua, ich hab' ihn getötetet! Ich bin ein Monster! Und ich verdiene den Tod! Was soll ich denn jetzt noch tun? Du lebst. Oh Joshua, ich hätte dich zu träumen gewagt, dich wiederzusehen. Was? 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 Es ist schon das zweite Mal, dass Barnabas mich besiegt hat. Ich komme nicht gegen ihn an. Ich komme nicht gegen ihn an. Zögere nicht, Clive. Tu es. Nein! Komm zurück! Wie viele Leben hast du gerettet, seit du meinen Namen trägst? Und wie viele zerstört? Es ist zwecklos, Clive. Also gib endlich auf! Das ist alles nur Illusion. Wach auf! Du musst dich erinnern. Mein Name ist Clive. Clive Rosfield. Unsere Flammen brennen. Und sie brennen als eine! Zusammen! Ja! Frei sollen wir leben. Siehst du ihn auch? Chill. Mir wurde klagen, dass die Sonne immer für sie da ist. Egal wie schwarz die Nacht war. Dass du immer da bist. Für mich. Ich werde immer, immer auf dich warten. Wo sie dasи? Dann fetchнул er私 Ich kann mich, selbstmirbrechen, Vielen Dank.